Einen wunderschönen guten Termin und jetzt Willkommen für eine neue Folge von Princess Peach. Showtime! Es ist wieder Kung-Fu angesagt. Eine Kung-Fu-Sage. Ich bin ready für eine Kung-Fu-Sage. Das war so was von. Let's go, let's go. Komm, lad die Scheiße hier. Laden sie die Scheiße. Bin ready. Da werden wieder ein paar Kollegen entführt. Das sind alles deine Kinder? Okay. Du bist es. Ja, ich bin es. Die Niederträchtig. Ja, ich mach das. Oh ja. So nämlich. Ich erledige das, meine Lieben. Ja. Das sind gute Freunde, ha? Ja. Ja, Mann. Oh ja. Das geht ja auch noch. Hey, komm, geh mal ran hier. So ist brav. So ist doch brav. Du schon wieder. Was machst du denn wieder? Warum bist du immer in Schwierigkeiten, mein Lieber? Warum? Was machst du da die ganze Zeit? Richtig dumme Tapfer. Was für dumm. Komm mal ran hier. Du greifst ja nicht mal an. Du machst ja gar nichts. Oh ja. So ist das super. Komm mal ran hier. Mein erstes Kind befreit. Super. Bitteschön. Noch drei Kinder. Ich bin auf dem Weg. Rettung naht. Ei, er schon wieder. So sehen wir uns also wieder. Diese Unverschämtheit muss bestraft werden. Komm mal ran. Oh ja. Haha. Schon wieder hast du keine Chance gegen mich. Das reicht erst einmal als Training. Ja, genau. Aufs Maul kriegst du die ganze Zeit von mir. Für mich ist das Training. Für dich ist das eine Tortur. Geh mal weg da. Okay. Muss ich... Achso, ich kann das kaputt machen. Okay. Gut. Drei Leben. Warum brauche ich denn drei Leben? Mach den da erstmal. Komm. Na los. Ja, habe ich sie doch. Ah, das geht so. Okay. Komm nur. Scheiße. Ja, dann erlegen wir ihn halt nicht. Ist okay. Da ist wieder einer runtergefallen. Ja. Echt gehabt, ja. Da ist das zweite Kindchen befreit. Bitteschön. Wir gehen mal runter. Jawohl. Oh, guck mal hier. Kannst du eine kleine Pose machen. Und jetzt. So, ich muss, äh... Äh... Lass mal die Münzen auch mitnehmen. So, ist doch gut. Dann können wir wieder gehen. Hab's gesehen für heute. Geh weg da. Nun geht's sie ver. Oh, da ist noch ein Kind befreit. Gib mir einen Stern. Jawohl. Okay. Okay, warte mal. Mach die mal weg da. Kann ich dann hier nochmal eins hoch? Ah, vielleicht so. Ah, shit. Was haben wir denn hier? Aha. Uiuiuiui. Na jetzt aber. Nein, die Münzen gehen... Ne, 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 ne. Okay. 322 Münzen. Und hier ist auch ein Fragment. Von einem Funkelsternchen. Und das wird jetzt wahrscheinlich das erste Level sein, wo ich sie alle kriege. Ich glaube, ich hab noch kein Level hingekriegt. Ohne alle Sterne, äh, freizuschalten. Du hast nur Leben für mich. Das nehme ich auch. Kinder sind befreit. Jetzt wird nur noch der Kung-Fu-Meister, ne? Uiuiui. Ihr seid alle zu nichts zu gebrauchen. Mal sehen, wie du damit fertig wirst. Was macht er jetzt? Hier. Geh, das ist schön. Ja. Verstauntst du was? Und haut drauf. Der kommt nicht wieder. Der kommt nicht wieder. Nee, nee. Vergiss es. Wir haben das Level erfolgreich und perfekt abgeschlossen. Wunderbar. 333 Münzen. Okay. Nehmen wir mit. Ja. Es ging schnell. Aber wir haben es erledigt. Das ist die Hauptsache. 2 von 4 ist erledigt. Sehr gut. Ich sollte vielleicht wieder mal in den Keller gehen. Da kann ich sicher ein paar Funkelis befreien. Naja. Das können wir ein anderes Mal machen. Ich sage erstmal, danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.